willkommen zurück zu spielforce beim letzten mal haben wir wir haben hier mosaik teil noch von das kann ich jetzt hier noch mal ganz kurz einsetzen großartig fehlt ja erstes stück einsetzen aus dem untergrund ertönt ein zoom das kommt bei einem summen dann raus das kann ja wieder heiter werden aber nichtsdestotrotz mehr mosaik teile habe ich erstmal nicht und los led herr der rache mir nach die dünge den raum mit das auch zweit kriegt das jetzt aber von denen sofort dann schickt man nur den avatar hoch und krieger zweites teil einsetzen die linie dürften die linie dürften nicht brechen auf mein zeichen wo muss ich jetzt haben die verstärkung die linie dürften nicht brechen die linie dürften nicht brechen die linie dürften nicht brechen der bot ist wo der anfang ein ehrloser hinterhalt die linie dürften und die linie dürften nicht brechen bereits ok nehme ich alles mit dort hier auch sound überlagert sich schon wieder folgt mir vorwärts vorwärts schnell zu viel grusel hier hatte mal einmal du da zaubert hier verzaubern auch für die jahre als krieger und hier der hüter des dritten frakvens dann gehen wir mal wieder hoch wenn ich noch mal habe würde ich sagen war noch nicht dahin kann ich vielleicht noch ein bisschen etwas bauen wäre ich das verkehrteste oder wie schnell die hergestellt werden wo wir schnell die arbeiten worden sind haben wir keine nicht ach ja ich brauche ja hier okay hier ganz vergessen natürlich auch einfach ein paar eisenassassinen machen gar kein problem alles kanonenfutter für was auch immer dann da kommt bei diesem komischen mosaik ding dann bin ich vorbereitet auf gegen was wohnsilber habe ich jetzt und da war ja auch mehr wohnsilber habe ich nicht wir arbeiten alle jubile jahre komme ich mal und hätte ich jetzt die bin da auch noch eben fix beschworen ihr geht nach hier hin ein hier schon die beine im bauch so und dann unser avatar geht wieder nach oben auf mein zeichen trotzdem keks ein bisschen schneller zwei teile wieder eingefügt jetzt das dritte ja ob das schon das letzte ist ich bin ja mal die mumien hier vorbei er ist vergebens die linie durch nicht brechen noch mal sehen hier flage des musik schon knapp 30 leute verloren ok das war alles einsam wenn es da noch einen teils musik es gibt lassen wir sie nicht manchmal friemlich es ist tatsächlich noch ein musikteil vorhanden ok dann können wir auch noch dich holen kannst du auch was tun und dann auch noch mal kreaturen gleich bauen alles was man halt so gebrauchen kann und noch viel mehr okay 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 So, da ist die Spinne. Gehen wir da hin. Dann ein paar von euch dazu. Um die Reihen aufzufüllen. Große Spinne ist groß. Hätte ich so eine Bude. Würde mir Gedanken machen, weil meine Bude nicht so groß ist. Geht euren Befehl. Endlich. So, alle da. Das ist ja schön. Dann auf zum nächsten Mosaikteil, beziehungsweise das Einsetzen. Das sollte jetzt aber wirklich so langsam das Letzte sein, oder? Hoffe ich. Das Letztes Stück, okay. Ich muss ja weg, da sind Mumien und anderes Zeug. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Eure Gegenwehr ist vergeben. Die Linie dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Ich stehe hier nur. Ich muss das, weil ich gut kann. Drumstehen. Eure Gegenwehr ist vergeben. Eure Gegenwehr ist vergeben. Eure Gegenwehr ist vergeben. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linie dürfen nicht brechen. Oha. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linie dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Die Linie dürfen nicht brechen. Oha. Kann nicht mehr weg. Jetzt flicken. Oha. Wir haben so viele überlebt. Der ist doch nur Level 39. Ah, ne. Okay. Die Kreditmal, also von kleinem Mal, von großem Mal. Was hat mir dann so viel Schaden gemacht? Einfach so generell alles? Okay. Aber die müssen wir erledigen. Allein schon wegen der Fahrungskunkte. So. Machen wir mal so. Neue Kampfwertigkeit ist das Faktor, okay. So, und dann wollen wir jetzt Richtung Weisheit Charisma. Was haben wir denn jetzt da? Die Post. Raden, der den Camper trifft, wird teilweise auf der Angriffe zurückgebracht, okay. Also gut. Probieren wir uns eine Elf. Sprecht. Zur Stelle. Erstmal ein bisschen Holzer rufen. Zum Ruhme Ahrens. Zur Stelle. Auf der Stelle. Alles noch, damit wir die Skelettwanne da beseitigen können. Die Rune ruft, wie ihr wünscht. Ja. Holzfällerhütte irgendwo hier. Wir werden ja jetzt sonst halt nicht mehr angerufen haben. Keine Ahnung, wo diese ganzen Goblins herkommen. Vielleicht sind wir auch einfach nur die ganze Zeit hier rumgestreunert. Ohne Sinn und Verstand. Alles möglich. Meine Skelette werden mich ja nicht einfach so angreifen. Glaublich. Feenhaus, ja komm. Machen wir ein paar Feen. Machen wir eigentlich bei denen hier auch so ein Dingsgebäude. Ja, Schattenturm. Moffmo. Und die plötzlich halt in Schien die Blumen? Sieht irgendwie gerade komisch aus. Wo ist denn hier das Sägewerk? Oder was auch immer das Saar für Holz. Als Förster weiß ich, aber es gab doch auch ein Sägemühle. Genau. Da brauchen wir immer ein kleines Haupthaus. Gut. Wird gemacht. Mitten im Weg. Und man sitzt die Nahrung, habe ich jetzt nicht. Die Rune ruft. Generell, wie komme ich denn hier an Nahrung? Das war ein Jagdhaus machen und so, ne? Aber, ah, okay, da hinten habe ich mal Bären. Das ist ja auch nichts halbes, nichts ganzes. Weil wenn hier dann der Wald weg ist, dann vielleicht. Hm. Keine wirklich großen Flächen, ne? Wo ich einfach mich hinbauen kann. Ah, hier. Das ist nicht weit. Ich habe mir hier keine Gefahren mehr. Zur Stelle. Erstmal. Einfach nur, damit ich mich hier mit dem Holz und so ausbreiten kann. Es ist mir eine Ehre. Ja? Sprecht. Zur Stelle. Schon unterwegs. Sehr gemütlich. Auf der Stelle. Und dann mal gucken. Sprecht. Von dem Baum hier am Vortrag. Was ihr wollt. Also bald hier die Bombe wechseln, kann ich hier mir diesen Bärensammler da hinsetzen. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. So, ansonsten kann ich jetzt schon mal diese kleinen Militärgebäude alle machen. Oh, Lenny, aber immer noch stimmt. Stimmt. Bei Vergessen. Sprecht. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht. Ach so, ihr braucht auch eine Eisenmine, ne? Ja. Habt ihr keine Mine? Das ist ein Lager. Okay. Keine Mine für die... Kurios. Was ihr wollt. Wirklich kurios. Das ist aber auch... Wir konnten sehr lange brauchen. Sprecht. Bis wir dann eine vernünftige Armee hier aufgebaut haben, ne? Weil wir jetzt hier ja auch nicht die besten Ressourcenquellen haben. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier war. Ich weiß gar nicht, ob ich hier war. Kann ich mal... ...zu Peterweils mal hingehen. Die Ruhne ruft. Da kommt noch das mittlere Haupthaus hier irgendwo. Was Platz habe ich gehört. Mach mal. Dann können wir dann hier auch einen Meisterholzfäller dann hier bei dem Ding machen. Auf so einem Försterlager da. Das Bauwerk ist vollendet. Ich bin natürlich wild im Umkreis. Ich habe hier kein Wild bisher gesehen. Ja wirklich, hier kann man echt scheiße bauen. Gut, dass ich mich hier nicht erst habe aufgebaut für alles andere hier. Hätte er da eine Krise gekriegt. Was hat eigentlich so mal den Dingfest mäßig? Was? Also du erstmal nix? Und was da scheinen die versuchten Goblins zu fämieren? Also hier irgendwo, oder was? Oder war das hier die Stelle? Hier war das. Hm. Hier bin ich für das Gegengestalt oder so. Nö. Hier bin ich nicht so richtig, ne? Na gut. Oh. Keine Ahnung. Da kriegen wir auch was, wenn man der... ähm... Oseik vervollständigt haben. Keine Ahnung. So. Bauen wir mal ein großes Haupthaus. Das kannst du, äh... Hier nicht hinbauen. So. Bauen wir mal in die Weg. Die Bärensammler. Eigentlich langsam schon fast hier hinbauen. Das ist schon gut. Aber die Bäume können noch kurz verschwinden. Meinetwegen hier schneller machen. Wir wollen ja nur aufbauen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Baum innerhalb der Bären, kann das sein. Hm. Oh, ne Schule der Alten. Können wir bauen. Können wir bauen. Macht man. So sei es. Sonst? Haben wir, glaube ich, alles, ne? Klar, Meister für Holzfäller noch. Firma theoretisch. Die nicht brauchen wir. Nahrungslager, ja. Na, sonst haben wir alles. Aber wir können nicht, nicht sonderlich viele Einheiten bauen. Das heißt, am meisten müssen wir halt auf die Dunkel-Elfen vertrauen. Hilft ja nix. Die bauen ja auch in der Zeit jetzt hier ordentlich Ressourcen auf. Das lohnt sich ja auf allen Seiten. Wenn wir einfach mal ein bisschen abwarten. Und dann mit geballter militärischer Kraft von dann ziehen. Und dann holt mal ein Baum da. Ich kann sie nur schon laden. Oh Gott, der Sound. Das ist halt jetzt gerade 50-fache Geschwindigkeit gewesen. Ich glaube, das mache ich nicht so einfach. Hilfe. Manchmal, wenn der Sound sich überlagert, weißt du? So. Bärensammler. Da, okay. Weiter rein geht nicht. Du musst reichen. Dann Nahrungslager. Damit werden wir Nahrung kriegen. So, sieh mal lohnen. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Warten, 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 warten. Na ja, darauf, dass ich hier was machen kann. Was ich hier machen kann, ist... Ding abreißen. Und dann 5 hier zum Meister Holzfäller machen. In dem Ding hier. Na, wo ist ich da? Ist noch ein Einzelbereich von dem. Gut. Und sonst warten wir. Auf besseres Wetter. Bessere Aussichten. Und so ein Dreck. Das können wir schon mal machen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Was wir haben, haben wir? Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ich hoffe, wir haben viele Einheiten davon gar nicht machen können. Waffen können wir doch machen. Oder bin ich doof. Ja, Waffenkammer. Nein, Fehler. Das Bauwerk ist vollendet. So, und jetzt können wir alle Einheiten machen, ne? Ey, so. So. Dann machen wir das. Ausnahmung haben wir noch nicht. Irgendwas ist ja immer. Ja, komm, wir machen die Droiden. Die zählen ja separat, ne? Alles, was wir hier auf der Heldenseite haben, zählt ja separat. Und können wir massiv machen. Und dann nehmen wir dann die Wanderinnen dazu. 40 von den einen, 40 von den anderen. Und hier, überwiegend den Havox und Todesritter. Oder? Den Lebensraum. Weil die Havox natürlich wegen den Schrecken beschwören. Und die vielleicht wegen dem Zaubertod. Irgendwie so. So eine Kombi aus den vier Einheiten quasi. Irgendwie so. Müssen wir mal gucken. Und auch erstmal... Ressourcen für haben und so. Also, das könnte sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ich glaube, den Teil werde ich jetzt hier let's play technisch ein bisschen skippen. Und dann sehen wir uns, wenn ich da meine Armee dann zusammen habe. Und dann düsen wir mit geballten Kräften in der nächsten Folge dann hier hin. Ich glaube, das ist ein Plan. Ob das hinhaut. Ob ich das hinkriege. Abwarten. Kakao trinken. Und so. Wird schon. In der Felsenfest von überzeugt. Dass das schon irgendwie wird. Dann müssen wir auch hier erstmal auf die Narben warten. Und, 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 und. All das. Bis zur nächsten Folge. Von Spellforce. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank für's Zuschauen. Und bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.